hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu fiesta online schatzi du musst lauter sprechen man hört dich kaum jetzt hört man dich wunderbar ja heute nur zu zweit unterwegs kann sich noch daran erinnern ganz am anfang als wir das erste mal nur zu zweit gespielt haben wo man da gesagt haben hier ein date zu zweit oder sowas oder ich weiß es gar nicht mehr irgendwie haben wir die folge ganz komisch genannt weil wir da zum ersten mal dann alleine eigentlich in der aufnahmen gespielt hatten fiesta generell nicht mit denen jetzt meinst du ja ja genau generell generell die ersten folgen das erste mal dann ohne die ohne der ecke gespielt hatten der jetzt heute im übrigen auch nicht dabei ist weil das einfach schon zu spät ist er muss morgen früh in die schule kann ja nicht bis in die puppen hier wach bleiben geht leider nicht ne und falls er doch ich habe mir jetzt aber auch nicht angeschrieben mal davon abgesehen falls er dann doch hätte mitmachen können tut es mich leid achte die pinus brauchst du wahrscheinlich gar nicht ne brauche ich nicht auch hüte hüte nee die brauche ich nicht das sind keine hüte schatzi das sind blumen die keping nicht brauch ich nicht ich frag bloß bist du so lieb und sammels den ganzen müll ein den die fallen lassen dann kannst du mir dann später zus geben nach der aufnahme erstens mal weg im geld und zweitens weil ich dafür kommen hier liegt ein hut und ich dafür dränge herstellen kann ich habe schon ein bisschen was gemacht also t2 dränge kann ich auch bald herstellen fast na gut in 10.000 punkten nee halt das sind schon die t3 wo sind denn die t2 normalen t2 ertränke ach da oben doch die kann ich schon herstellen genau ich habe mich die tage hatte ich mich dran gesetzt und das schön gelernt alles und richtig schön viel gemacht und so und dann habe ich festgestellt ja ohne moos nix los kannst du nichts kannst dir nichts leisten es war natürlich nicht so schön bist du fertig gut weil dann bräuchte ich immer noch einen proxon und kevinge oder sind tränke also die die jogger kevinge brauche ich nicht nur ich brauche bloß die normalen also einen proxon und noch drei kevinge oder so was gar nicht 3 3 3 3 3 3 3 5 ok und hier sind auch noch grabräuber die brauchen wir auch schatz ja gut das ist bloß eine aber egal du bist voll leise du musst lauter sprechen oder dein mikrofon mal ein bisschen mehr vor den mund nehmen hier bin ich fertig war nur noch kevinge es ging bloß noch um eine box ja und abräuber bist du geht doch mir nach sollen der quatsch ich bin der team leader ich nehme auf ich habe hier das sagen fertig wenn ich schon der helm der die hause auch will ich so wenigstens in meinen let's place auch hafer und dank kevinge den orangen mützen ja genau die orangen überhaupt kein gesehen ja die sind doch hier guck mal hier hinten sind so ich sind halt vorm berg net hin am berg bist du auch am port ja da nicht die nase voll das ist von nervig ja ich mache kevinge habe ich doch gerade eben gesagt ich habe irgendwie das gefühl mein spiel ist voll ich weiß nicht hier ist alles voll leise irgendwie keine ahnung ich höre gar nicht dann dreh es halt mal lauter ich habe eigentlich schon voll laut warte mal ich muss man jetzt hier gucken toneinstellungen jetzt so ein bisschen eine kriege ich wieder probleme mit der ok ich bin fertig fünf was ist die fünf ich brauche noch zwei grabräuber da reite ich schnell voll wie viel grabräuber brauchst du noch fertig guck mal hier ja ich hab's liegen gelassen ach mein inventar ist eh schon wieder ach so ich habe noch die ganzen pilze und die geranien im inventar verdammt die sind noch von vom sammeln um geld zu machen mein sammelpino ist auch mit aushandige hügel die daily gebe ich ab können wir nicht eigentlich alle schnapp geben ja ich weiß nicht hast du jetzt die blüten ne blüten habe ich gar nicht das schmeißt man weg kann ich auch nicht die knochen kann ich eigentlich wegschmeißen also die da nichts abgeben gar nichts das ist natürlich schlecht ist das mit turm turm willst du schon turm gehen oder was warum fragst du dann dunkel 11 kann ich ja dunkel 11 kannst brauchst du mal nicht hin zu laufen kriegermeister marty und ich gehe mal kurz nach älter ich muss ich muss jetzt erstmal mein inventar leer machen es hat ja so keinen sinn mehr anox ist populär populär machst du die blumen quest ne eigentlich bin ich mach die blumen quest eigentlich nie weil ich habe kein bock blumen zusammen ich bin da so entgegen die was gegen das peace und sowas gegen die blumen mag keine blumen ich mag kaktus 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 mag ich also könnte ich die dann auch abgeben ja ja kannst abgeben da bist du zuerst hast du zwar um einiges mehr ep als ich aber egal ja oder ich halbierse das muss zumindest jede einmal dann abgegeben haben ich bin schon nett schatz ich habe eh schon mehr wie viel ep hast du dann wie viel prozent hüten meine ich achso ich habe 63 ach gut ich habe 70 dann ist das ok schon wieder das ganze inventar voll gemüllt ich könnte heulen ok wie sieht es aus euch die goldene hügel ziehe ich zurück sind immer noch wir zwei drin nur ich will nicht alleine da mit ihr da drin rumrennen hat jetzt nichts gegen dich aber jetzt trotzdem kauft da irgendjemand rein zuvor was kauft er denn ach du ap4 tränke ne habe ich nicht kann das wieder nicht abwählen was dann kann die nicht abbrechen das ist so nöt dann lockt dich aus und lockt dich wieder ein na eben jetzt ok zeug zeug ne ein gold für ne 45er blue ah die ist aber nix ok hat sich erledigt aber ein gold ach ja es ist furchtbar ich will geld machen endlich ich brauche kohle ähm du bist auf ne ach so kriegermeister martin ne ich dachte es ging jetzt eben ne es war ging nicht ok kriegermeister komm hier schnell gib bitte danke du hast dich eingeloggt Glückwunsch ja gerade auf ne équipe kann dich nicht rufen schatz aber dann gebe ich auch mal die ganzen teils noch ab ich geh mal nach oben dann gibt er auch noch gleich ab leute euer auto ist zugeschneit da fährt ein zugeschnalltes auto rum diesen ding du bist so gar nicht in den enden und das hat ein älter aber auch so ein großes gott bin ich eben verschrocken geht so du bist sowieso sehr leise also war das eigentlich mehr die normale lautstärke jetzt wenn sie sich wieder aufgekalt brauchst du noch lange dann treffen wir uns pulser kammer oder sandicke hügel warte mal pulser kammer hopp noch fertig ja ok immer drei leute noch in ss was ist was hallo drei leute noch in ss dann geht es schnell die xp dort abzugreifen als los mit euch in ss hallo die katzen haben die kleinen gewinnen die dummen viecher und dieser mann da hat man diese osanitkügelchen mitgegeben und was ist denn osanitkügelchen ok wird auch drauf ok hat sie wie gesagt du musst lauter sprechen ins mikrofon oder ins mikrofon zumindestens rein sprechen habe es doch direkt hier in die wand vor der nase ja aber du sprichst zu leise man hört dich kaum oder man hört dich bloß im halben satz das ist ein bisschen merkwürdig ja bei deinen e bei den ganzen aufnahmen immer ja deswegen sage ich ja du sprichst halt nicht ins mikrofon ich muss mal lauter reden äh äh lauter stellen das hat mit mir nichts zu tun das hat was doch nein das hat was damit zu tun dass du ok warte passt auf ich drehe jetzt jenny auf 70 prozent bei der aufnahme ja ist nicht viel besser kommst du jetzt mal ja ich hab doch gesagt ich muss nur abgeben ja schatzi wir sind in der aufnahme die aufnahme ist sogar schon fast wieder rum und wir haben nichts getan nichts außer abgegeben und ein paar kleine gekloppt coca cola das ist coca cola ach da rennt dann rum mit coca cola apropos coca cola ich müsste mal was trinken ach wisst ihr das ist schon schön so eine art vielerfolge kann das sein einfach bloß naja ich will eigentlich auch nicht zu viel im voraus machen was brauchen wir jetzt grad weg im ecki wir brauchen das buch was der eweblatt macht eigentlich brauchen wir hier drin nicht so viel ne rasender caping silberschleim skelette eigentlich stöße alles dahinter ne komm wir gehen mal hier rein das rennt jemand an nach dem aha verdammt komm mir doch ja ich wollte eigentlich ähm ich hätte gehofft dass da hinten noch so ein äh rasender caping ist war aber nicht komm dann gehen wir nach oben mhm wir machen erst die skelette weg gehen mal hinter zum silberschleim und sowas kloppen silberschleim und mag ja buh ich habe mir jetzt was zu trinken mitgebracht ja es steht an deinen füßen ach danke hast du greifst mich noch an wie unhöflich jetzt die klee weiter weg dann flieb ich aber aus ne da holt da hole ich meine gute raus und dann gibt es aber ersche was du denn was du denn oh wow oh das sieht mich ok das ist aber heftig ja es soll ja nicht auslarven ne ja da ist viel kohlensäure drin in dem zeug ich habe aus versehen die mit kohlensäure gekauft es tut mir so leid mal gewohnt ist mhm ich krieg schon wieder magenschmerze dann oh ich hoffs nein das wäre auch blöd das wäre auch blöd hm du hast einen cold gehabt drei sexer träger drei mhm uah 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 scheiße was machst du denn alle voll angegriffen ja natürlich wenn du mitten rein rennst so was soll denn der Mist ja wenn man keine rollen drin hat und nichts ist das halt schon schmerzhaft ne hm hm 1er rollen süß ja besser als gar keine rollen wie man gesehen hat mal ne verteidigungsrolle hm ich hab nicht mal eine verteidigungsrolle hm wieso kann ich dieses scheiß buch nicht angreifen was soll der Mist ne ich hab ja von ganz am anfang wieder ach ja wo du hin ne 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 das ne die ne rein rennst, weil die Kamera so nah an dem Eck drin war. Hast du das Buch jetzt noch bekommen? Eins, ja. Du kannst beide aufnehmen. Ich habe schon vier. Ich habe auch vier. Okay. Wunderbar. Okay, dann habe ich hier fertig. Wieso habe ich eigentlich durchgehend mein Inventar offen? Egal. Oh, Ring. Hm? Silberschleim. Ich mag Silberschleim. Die Quest mag ich eigentlich überhaupt nicht. Hier links. Obwohl. Soll ich mal hinten gehen? Ach komm, wir gehen hinten. Hier auch? Jaja, wenn du da lang runter gehst. Das sind zwei oder drei Stück. Aber hinten sind ja auch. Ich glaube, das sind ja bloß die zwei, oder? Mhm. Aber das können wir eine andere Folge machen. Die Folge ist jetzt Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Entschuldigung, dass wir uns jetzt so Zeit gelassen haben im Endeffekt. Aber wir wollen nicht so weit im Voraus leveln. Ihr wisst ja, wie das ist. Also bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Tschüss.